Hallo, meine Lieben! Letzter Zeit fragen mich immer einige von euch, wie man denn einen Blusenstoff bzw. einen Futterstoff ganz einfach und sauber mit der Overlock versäubert, ohne dass die Overlock den Stoff die ganze Zeit frisst bzw. einzieht. Und das zeige ich dir jetzt. Also wenn du deinen Stoff vor dir liegen hast, also hier, wenn man den gekauft hat, dann sieht das oftmals so aus, bei Blusenstoffen oder auch bei Futterstoffen die Fransen extrem. Und es kommt natürlich hinzu, dass sie sehr flutschig sind, sage ich mal, und die sind sehr fein. Und hier kann es halt immer sehr schnell passieren, dass die Overlock den Stoff frisst. Dadurch, dass der halt so fein gewebt ist oder von sich aus sehr schwammiges Material ist und so flockig, ist die Overlock sehr schwierig, den Stoff auch ordentlich zu packen. Und dadurch, dass die Nadel natürlich dann in den Stoff hineinstechen, ist es sehr schwierig für die Overlock, bzw. wenn die Nadel reinstechen in den Stoff. Da kann es dann ganz schnell passieren, dass die Nadeln den Stoff mit runterziehen. Und um das zu verhindern, benötigst du natürlich einmal deinen Stoff. Sagen wir mal so, ich möchte jetzt diese Seite hier versäubern. Also wie du siehst, hier fängt es auch schon wieder an auszufransen. Hier habe ich einen kleinen Trick. Und zwar schneidest du dir kleine, bzw. schmale Vliesstreifen. Also hier jetzt das Bügelvlies. Ich habe jetzt hier einen Busenstoff und habe jetzt hier das Vlies H200. Wenn du jetzt aber einen Stoffstoff jetzt versäubern möchtest, hier empfehle ich dir, ein noch feineres Vlies zu verwenden. Und zwar empfehle ich dir hier das H180 zu nehmen, denn es kann sein, dass das H200 doch ein bisschen zu stabil ist für sehr feine Stoffe. Also ich habe jetzt hier das H200. Und hier kannst du dann auch einmal an deinem Stoff eine Probe nähen, um zu schauen, wie breit die Naht ist. Sagen wir mal, also ich habe jetzt die Nahtzugabe von 4 mm bei der Overlock. Also schneide ich hier den Streifen so 2 bis 3 cm mehr. Also so 5 bis 7 mm kannst du ruhig den Streifen zuschneiden. So und dann legst du die linke Seite, bzw. die Klebeseite von dem Vlies auf die linke Seite vom Stoff. Und zwar hier direkt an der Stoffkante. Und dann bügelst du das Vlies einmal, wie es der Hersteller vorgibt. So, ich habe das Bügelvlies jetzt hier drauf gebügelt. Falls du dich jetzt fragst, ja, Jana, du hast jetzt aber nur ein kleines Stückchen hier. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen Rock füttern möchte? Hier benötigt man natürlich dann sehr viel Streifen. Also kannst du jetzt natürlich machen, du kaufst dir entweder ganz viel Vlies und schneidest dir das zu, also lange Streifen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache meine Streifen immer 50 cm lang und bügel die dann einzeln Schritt für Schritt drauf. Denn hier ist es natürlich nicht, also man sieht die Schritte, beziehungsweise die Übergänge von dem Vlies ja später eh nicht. Also kannst du hier natürlich dann Stück für Stück die Stoffkanten mit dem Vlies bügeln. Jetzt hast du das gemacht. Und jetzt kannst du das ganz einfach mit der Overlock versäubern. Hier kannst du das auch, am besten ist es, wenn du das Vliesstück jetzt nach unten legst. Denn wir haben ja hier an der Overlock den Differenzialtransport und wenn du wirklich sehr empfindliche Stoffe hast, dann kann das auch hier passieren, dass das Differenzialfüßchen oftmals den Stoff mit, also ein, also packt. Und dann kann es sein, dass hier so kleine, das kleine Fädchen gezogen werden. Um das zu verhindern, kannst du dann das Vlies, also legst du das Vlies beim Nähen nach unten. Also dann legst du das so drauf, dass du nur hier oben den Stoff siehst und auf der Unterseite hast du dann dein Bügelvlies. Und da wir hier jetzt natürlich auch nur versäubern, habe ich die linke Nadel entfernt. Wenn du jetzt natürlich zwei Stofflagen vernähen und versäubern möchtest in einem Durchgang, dann setzt du natürlich ganz einfach wieder die zweite Nadel ein. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch ganz einfach anfangen zu nähen. So sieht das Ganze dann von oben aus und so dann von der Rückseite. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, dass der, dass das Vlies wirklich nur an der Overlock hier, an der Overlocknaht endet hier unten, dann musst du das Vlies natürlich ein bisschen feiner, beziehungsweise schmaler zuschneiden. Weil der ganze Sinn ist natürlich dahinter, dass so der Stoff nicht gefressen wird, da das Vlies dem Stoff Stabilität gibt und die Overlock schafft es so, den Stoff besser zu transportieren. Und es wird verhindert, dass der Stoff eingezogen wird von der Overlock. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, dann schreib diese gerne unten in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und falls du auch so spezielle Fragen haben solltest, wie jetzt gerade, dann kannst du das natürlich auch gerne unten einmal hinschreiben. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.